Du möchtest mal wieder einen Kurzurlaub machen? Bei uns an Bord gibt es viel zu erleben. Lasse den Alltag hinter dir und gönne dir Wellness-Momente in der Sauna. Bei einem guten Buch kannst du wunderbar in einer unserer Kabinen entspannen. Wenn du dir lieber den frischen Ostseewind um die Nase wehen lässt, begib dich auf Sonnendeck und genieße die Aussicht. Buche jetzt mit TT-Line deine Mini-Kreuzfahrt nach Schweden.